Dienstag, 22. Oktober, 21 Uhr, Gorgios Ranskikis Olympikakos gegen FC Bayern München, 2 zu 3. Erste, nur keinen Titel, Namen machen. Erste Mannschaft. Jose, Sa, Ruben, Simdo, Omer, Elda, Badelui, Fesine, Mertz, Kostas, Simkas, Mati, Kamiha, Andreas, Bochakis, Gulime, Georgios, Madzuchas, Daniel, Bodeke, Fusif Ay-Achabi, jetzt kommt Bayern München, Manuel Neuer, Benjamin Bafacht, Lukas Fernandes, David Alaba, Joshua Kimmich, Diago, Jaffi Martenes, Gautino, Robert Lewandowski, Serge Gignabry, Thomas Muller, Uhrzeit, 12.37 Uhr.